Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anders als in westlicher Astrologie. Diese Monatshoroskopen biete ich als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Liebe Rianida, ich grüße dich. Dieses Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop ändert sich nichts. Und das heißt, so war die Sternenhimmel über dir, in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Aber Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich. Planet heißt auch beweglichen Sternen oder Wandelsternen und löst etwas im Horoskop auch aus dieser Bewegung. Und genau das schauen wir auch an. 1. Mai Sonne befindet sich immer wieder. Sonne zeigt immer die Monatsthema. Und wieder hast du im sechsten Lebensbereich. Und hier handelt es sich um Arbeit, Pflichten, den Alltag bewältigen und Gesundheit. Uranus befindet sich auch immer wieder, aktiviert dieselben Themen. Uranus steht astromedizinisch zum Nervensystem, falls es gesundheitliche Themen gibt in dieser Zeit. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Mit Mars-Energie können wir uns durchsetzen, hat auch einen Bezug zu allem, was sich bewegt, wie Auto oder Sport. Mars ist eine männliche Energie und zeigt auch ein Mann oder Männer. Diese Bewegung zeigt die Kontakte zum Männer, entweder in die Liebe Partnerschaft, aber das kann auch andere Kontakte sein, wie ein Kollege oder ein Nachbar. Mars befindet sich im Stier und das kann Stierthemen sein, etwas in Besitz zu nehmen oder um die Finanzen kümmern. Und im siebten Lebensbereich hat auch eine Bedeutung, das handelt sich um die Liebe Partnerschaft. Und entweder stabilisiert sich etwas in die Liebe oder hast du Chancen, Möglichkeiten, jemanden kennenlernen. Dieser Mann hat einen Einfluss auf die Liebe Partnerschaft. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter schenkt uns Optimismus. Jupiter ist die große Glücksplanet und hat auch mit Gerechtigkeit oder einer rechtlichen Lage auch etwas zu tun. Jupiter befindet sich in Skorpion und du hast Skorpion-Ascenden. Und hier hast du auch karmische Themen und das hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Das ist die Ketu-Symbol. Jupiter ist hier und jetzt hast du mehr Chancen, Möglichkeiten im Leben etwas vergrößern oder Glück zu haben. Immerhin ist Jupiter die große Glücksplanet. Jupiter vermehrt etwas und dem Aszendent hat auch mit unserem Körper auch etwas zu tun. Bei diesem Jupiter-Einfluss ist es sogar möglich, dass man zunimmt. Pluto und Saturn ist im Schütze und das hast du im zweiten Lebensbereich. Hier handelt es sich um Werte, Wertschätzung und Finanzen. In deinem Geburtstag bewegt sich unser Planet Erde, auch im Schütze Gaia ist die Erde und hier zeigt sich, hier manifestiert sich etwas. Kümmer um die Finanzen oder nimm etwas in Besitz, was für dich wertvoll ist. Schütze hat oft mit Ausland etwas zu tun. Und hier bewegt sich Pluto-Saturn. Saturn belehrt dich, hat einen Einfluss auf dein Schicksal und Pluto zeigt, konzentriere auf diesen Bereich. Es ist sehr wichtig. Das ist jetzt gerade die Fokus. Außerdem, diese beiden Mondknoten, Rahu und Ketu, die absteigenden Mondknoten und die aufsteigenden Mondknoten, diese karmischen Knoten, bewegt sich auch und Ketu, dieser Drachenkörper, was die alten karmischen Erinnerungen hervorruft, bewegt sich gerade im Schütze ganzes Jahr und auch 2020 immer noch. Und der Drachenkopf, die Richtung, was die Seele braucht jetzt zum Lernen oder Kennenlernen, weil das befreit auch. Auch diese Lebenserfahrung zeigt sich hier im Tierkreis zeichnen Zwillinge ganzes Jahr und nächstes Jahr auch noch. Bewegt sich Rahu hier, dieser Drachenkopf. Und hier im achten Lebensbereich handelt es sich um Transformation oder eine erbschaftliche Sache. Neptun lässt unseren Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun ist auch sehr kreativ und der Planet der Künstler. Und Neptun bewegt sich hier im Wassermann und aktiviert bei dir den vierten Lebensbereich, der um dein Zuhause geht. Merkur, Venus und Mond ist in Fischen und hier im fünften Lebensbereich aktiviert Themen, was mit Kindern was zu tun hat. Das kann auch Schwangerschaft bedeuten oder Enkel, Kind, alles was mit Kindern zu tun hat. Außerdem die Erinnerungen an unsere eigene Kindheit, das inneren Kind oder Lebensfreude, schöpferische Energie. Mond hat einen Einfluss auf unseren Gefühlen, beeinflusst unseren Alltag. Bei Venus zeigt sich entweder weiblich, eine Mädchen zum Beispiel, wenn es um Kinder geht. Und Merkur handelt, also bei Merkur Energie haben wir Handlungen oder Gesprächen, Gesprächen mit Kindern oder über Kinder. Merkur steht auch zu der Zeit für Kindheit und Jugend. Möglich ist es auch, dass du hier in dieser Zeit Erinnerungen hast an deine eigene Kindheit. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung und das zeigt auch deine Kreativität oder bei Venus Energie auch die Liebe, die Lebensfreude und das hat einen Einfluss auf deine Gefühle. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung, das heißt die wirken zusammen. Und hier handelt es sich um Kinder oder Jugend oder Gespräche über Gefühle. Mond symbolisiert auch Mutterempfängnis, also das kann auch Mutterthemen bedeuten. 4. Mai ist Neumond exakt im 23 Uhr 46 Minuten im Wider, das heißt Mond übergeht im Wider, Sonne und Mond. Die beiden Lichter treffen sich hier, aktiviert Themen Arbeit, Gesundheit. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. 5. Mai ist Merkur im Wider. Merkur verlässt die Fischen, übergeht im Wider und aktiviert Themen, was die Arbeit oder Gesundheit betrifft. Bei Merkur Einfluss handeln wir oder haben wir Termin oder unterschreiben wir einen Vertrag. Das kann Arbeitsvertrag sein, Vorstellungsgespräch oder Arzttermin. 6. Mai übergeht Mond im Stier und aktiviert Themen, was die Partnerschaft betrifft. Natürlich die Stierenergie wirkt auch bei Stier, geht es darum, das Leben genießen, die Ruhe bewahren oder um Besitz kümmern. 7. Mai ist Mars in Zwillingen. Mars übergeht in Zwillingen. 8. Mai ist Mars übergeht in Zwillingen. Und das kann bedeuten, wie wichtig das ist, in deiner Kraft zu bleiben und alles loslassen, verabschieden, was diese Kraft raubt. Kann auch bedeuten, dass du ämtliche Themen hast oder ertschaftliche Themen und du brauchst die Kraft, dich da einzusetzen oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person. Bei 8. Lebensbereich handelt es sich auch um Sexualität und das hat auch mit Mann zu tun, Mann und Frau. Natürlich, das kann auch ein Thema sein. 8. Mai steht Mond mit Mars in Verbindung und das wird gemeinsam und bei Mondenergie, Mond übergeht in Zwillinge und steht mit Mars in Verbindung. 9. Das aktiviert Gefühle. 10. Natürlich ist es möglich, dass du Wut hast und kannst deine Gefühle nicht im Zaun halten, weil Mars wirkt und natürlich Mars ist sehr stürmisch, aber dann achte auf deine Gefühle, dass du die Ruhe bewahrst oder hast du Gefühle für einen bestimmten Mann oder er hat Gefühle für dich und kommt zum Zärtlichkeit. 10. Mai steht Merkur mit Uranus in Verbindung, eine Überraschung oder unerwartete Ereignisse, Gespräch oder Termin oder durch dieses Gespräch ändert sich etwas im Beruf oder im Gesundheitszustand. 10. Mai ist Mond im Krebs, Mond fühlt sich sehr wohl im Krebs, weil er herrscht über Krebs, Thema ist Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität. 11. Mai, Venus übergeht ihm wieder und das bedeutet, das hat einen Einfluss auf deinen Alltag mit Venus. 11. Mai kann auch eine andere Frau oder Frauen sein, wo du Begegnungen, Gespräche hast über Beruf oder im beruflichen Umfeld oder kann auch ein Arzttermin sein oder Arzttermin bei Frauenarzt. 11. Mai, Venus bringt etwas in Harmonie oder verschönert etwas und es ist auch möglich, dass du im Arbeitsplatz diese Harmonie brauchst. Also das sind die Themen, was Venus auch hier auslöst oder Kreativität in die Arbeit. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, Halbmond ist immer Spannung und das sind Gefühle wie Unsicherheit, Nervosität, Stress, Spannung. Dieser Halbmond ist exakt um 2 Uhr 12 Minuten hier im Krebs. Die Themen sind Auslandskontakte, Reisen, Prüfungen, Spiritualität, es fehlt die Erde, es fehlt die Sicherheit, Stabilität oder die Finanzen dazu. 13. Mai, Mond übergeht ihm Löwe, das ist eine zunehmende Mondphase, das muss auch noch dazu berücksichtigen. Bei einer zunehmenden Mondphase nimmt etwas zu oder wir können etwas vermehren oder bei einer abnehmenden Mondphase etwas loslassen, von etwas verabschieden. Aktiviert hier Themen, Ziele, Zielsetzung, Berufung, Anerkennung. 15. Mai befindet sich Mond im Jungfrau. Jungfrau-Energie kommt auch noch dazu, bereinigen etwas, etwas in Ordnung zu bringen, Themen sind Freundschaften oder Hoffnungen und Wünsche. Und hier hast du die Mars-Energie im Geburtshoroskop und das kann auch ein bestimmter Mann sein, dass du hier spürst, dass auch das sind deine Sehnsüchte und Wünsche. 16. Mai ist Sonne im Stier, kommt ein neues Monatsthema und hier ist auch die Lebensenergie, die Lebenskraft und das ist die Stierenergie, das Leben genießen, zur Ruhe kommen, um die Besitz kümmern. Und natürlich das siebte Haus spielt auch eine Rolle und das ist die Liebe Partnerschaft. 17. Mai ist Mond im Waage. Hier handelt es sich um Geheimnisse oder Rückzug. Das kann bedeuten, dass ein Partner hast und er ist im Rückzug und das spürst du auch. Oder du sollst zurückhaltend sein, die Ruhe bewahren und hier spürst du die Geheimnisse des Lebens. Neptun ist hier in deinem Geburtshoroskop und lässt deine Träume leben, visualisiere das. Das ist auch Rückzug und Meditation kannst du diesen Tag dazu nützen. 18. Mai ist Vollmond im Waage, beleuchtet diese Thematik, Rückzug, Geheimnisse, die Ursache nach etwas oder karmischen Themen. Dieser Vollmond ist exakt um 22.11 Uhr. Im selben Tag steht Venus mit Uranus in Verbindung, sie wirken zusammen. Und das sind Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Bei Venus Energie entweder kreative Arbeit, immerhin ist es die berufliche Umfeld, oder Liebe im Arbeitsplatz. Hier ändert sich etwas. Das kann auch bedeuten, dass eine Frau bei dir plötzliche Veränderungen auslöst. 19. Mai, Merkur ist im Stier. Und dann kannst du damit rechnen, dass hier Gespräche handelt und bekommst du ein Nachricht. Thema ist Liebe, Partnerschaft oder Verträge. Im siebten Lebensbereich sind auch die Verträge nun bei Stier. Verträge, was die Finanzen betrifft und da Termine, Verträge, Gespräche führen. Oder bekommst du eine Nachricht von deinem Wunschpartner oder Partner. Oder ihr spricht über Partnerschaft. Mond ist im Skorpion. 19. Mai ist Mond im Skorpion. Und das handelt sich um dein Aussehen, dein Auftreten, deine Persönlichkeit. Und nimmst deinen Gefühlen ganz intensiv wahr. Hier ist abnehmende Mondphase. Falls du das vorhast, kannst du es auch beginnen. Weil diese Mondenergie hilft dabei abzunehmen. 20. Mai ist Mond und Jupiter in Verbindung. Sie wirken zusammen. Und das heißt, Jupiter vergrößert etwas. Und das ist möglich, dass wir alles emotional wahrnehmen und übertreiben wir etwas. Hier ist auch Schwangerschaft möglich, weil Mond ist Empfängnis, hat mit Mütterlichkeit etwas zu tun. Und Jupiter vermehrt etwas und das kann auslösen. 21. Mai ist Mond im Schütze. Da sind die Schütze-Themen wie Bewegung, Sport, Ausland, Reisen. Und dann kommt die Themen noch der zweite Lebensbereich, Werte, Wertschätzung, Finanzen. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung. Und das heißt, handel intuitiv und bring deine Finanzen in Ordnung. 23. Mai ist Mond mit Pluto in Verbindung. Und Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen, auf deine Werte, Wertschätzung oder dein Besitz, Finanzen. 24. Mai ist Merkur im Stil in Diamant. Und das heißt, es klärt sich etwas auf, beschleunigt etwas Thema ist die Partnerschaft. Im selben Tag über geht Mond, dann im Steinbock. Und aktiviert Themen, Kontakte mit Verwandten, Nachbarn oder Lernen etwas, bedeutet auch Medien. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Das heißt, Mond übergeht im Wassermann. Halbmond bedeutet Spannung, Nervosität. Das kann bedeuten, dass du alles so hektisch empfindest und ziehst du dich zurück in deinen eigenen vier Wänden. Kann auch bedeuten, dass du kleine Reparatur hast im Haus oder Wohnung. Dieser Halbmond ist exakt in 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement, die Kraft und die Mut. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung, aktiviert Träume. Das kann bedeuten, dass du einen Traum bekommst und das hat eine Bedeutung. Oder du sollst deine Träume verwirklichen. Lebensbereich ist der vierte Lebensbereich dein Zuhause. Dann kommt die Wassermann-Energie auch dazu, deine Ideen zu verwirklichen. 29. Mai ist Mond in Fischen, aktiviert Themen Kinder, Kindheit, Lebensfreude, schöpferische Kraft, Kreativität. Und 31. Mai ist Mond im Wider und Thema ist Arbeit und Gesundheit. Liebe Rianida, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Dendera. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Vielen Dank.